Hey ihr Lieben, wir sind Vanessa und Ina und wir sind verlobt! Wir sind Vanessa und Ina. Und heute ist ein dover Tag. Mein Tag. Heute ist Nessis Tag. Also ich weiß nicht, ob ihr doof wird. Und zwar werde ich heute zu allem Ja sagen, was Nessi von mir will. Zu allem. Egal was sie möchte, muss ich Ja sagen und das 24 Stunden lang. Und dabei wollen wir euch mitnehmen. Fangen wir direkt mal an. Liebst du mich? Ja. Super. Das war einfach. Das war ein Punkt schon mal für dich. Geht es nach Punkten? Wenn ich viele Punkte habe, kriege ich dann was? Weiß ich noch nicht. Also wir werden jetzt auf jeden Fall zur neuen Wohnung fahren. Wir holen jetzt Lauri ab. Stimmt's? Ja. So geil. Sorry. Dann fahren wir zu einer neuen Wohnung. Wir werden das Bett aufbauen. Ina baut das Bett auf mit Laura. Ja, aber das hat nichts mit jetzt zu tun. Das war klar, dass ich das mit Lauri mache und du nicht. Das schneide ich raus. Also let's go. Wir sitzen im Auto und sind auf dem Weg zu Laura, um sie abzuholen und werden danach zu unserer neuen Wohnung fahren. Freut du dich schon? Ich freue mich. Ja. Und Nessie hat es bisher jetzt noch nicht so krass provoziert, aber sie hat mir schon gesagt, dass sie heute das Essen bestimmen wird. Ja. Ich suche mir was aus. Ich überlege mir nur noch was, also irgendwas, was ich halt voll gerne mag, weil was es vielleicht nicht so oft zu essen gibt. Da freue ich mich schon. Oh. Und was wird es geben? Weißt du schon? Hast du schon eine Präferenz? Ich habe noch keine Idee, aber wenn ich weiß, sage ich Bescheid. Wir haben jetzt Lauri eingesackt, da ist sie und Vanessa hat selbstverständlich Hunger und hat sich jetzt überlegt, naja, Lauri auch, was fährt ihr Essen? Und zwar, Ina wollte unbedingt so Salat essen oder so, aber ich meinte natürlich gerade zu ihr, Buru, ich würde gerne einen vegetarischen Burger essen mit Pommes am Drive. Stimmt? Du kommst mit. Und ich sagte, ja, aber ich bezahle nicht. Doch, Buru, du bezahlst. Ja. Stimmt. Juhu. Also gibt es heute... Und darf ich zum Nachttisch ein Eis essen? Ja. Also ich möchte ein Eis mit Karamellsoße. Ja. Dann möchte ich einen vegetarischen Burger, Pommes mit Mayo und Barbecue-Sauce. Ja. Und du bezahlst das, oder? Ja. Ina, ich mag das, wenn ich nicht so gerne Fastfood zu essen, also mag das schon, aber ich bin halt eher so der Fastfood-Mensch und ich freue mich sehr, dass ich heute Fastfood essen darf. Hä? Darf ich jetzt eigentlich auch Sachen sagen für Wochenende zum Beispiel? Darf ich jetzt sagen, ja, gehen wir am Wochenende dort und dort hin? Und wenn du ja sagst, ist es dann auch so? Ja. Heute ist ja der schönste Tag in meinem ganzen Leben. Okay, also, ich werde jetzt mal was aussuchen. Ich bin jetzt da. Leute, ich bin so happy, ich freue mich so. Also ich esse jetzt den... Wo kann man denn hier Menü bestellen? Clubhouse Burger Waggie für 8,09 Euro. Du bist ja ganz im Schnäppchen mit Pommes, Barbecue-Sauce. Ja. Und Cola Light. Oh, okay. Darf ich auch was essen? Heute oder? Ich esse heute nicht. Möchtest du denn was essen? Ja. Darf ich dann entscheiden, was du isst? Ja. Okay. So, Bubu, unser Essen ist jetzt da. Freust du dich? Ja, ich freue mich sehr. Dankeschön, Bubu, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Dann hau mal rein, ne? Also wir werden jetzt essen, dann geht es weiter zur Wohnung. Und mal schauen, was ich mir noch so für coole Aufgaben... Was ich dann noch so alles machen muss. Also Bubu hat mich gefragt, wirst du alleine mit Lauri das Bett aufbauen? Und ich habe selbstverständlich ja gesagt. Was gibt mir anderes übrig? Nachdem ich mir das jetzt eine Weile angeguckt habe, muss ich sagen, so schlimm ist es gar nicht. Weil guckt mal! So Leute, wir haben jetzt das Bett gemeinsam aufgebaut und haben auch die Kommode aufgebaut. Wir zeigen euch das mal kurz. So, sieht das Bett jetzt auch. Da kommt noch Bettbäsche und so raus. Da ist der Nachtschrank. Der kommt dann auch nochmal hier hin. Und das ist die Kommode. Da kommt unser großer Fernseher hin vom Wohnzimmer. Und hier kommen dann noch unsere Glaskommoden hin. Dann ist das Schlafzimmer nämlich auch fast fertig. Außer Lampenzähler noch. Da kommen dann noch die zwei goldenen Lampen. Und da oben kommt dann auch noch unsere goldene Lampe hin. Also es wird so ein bisschen goldbehaftet hier. Und jetzt suche ich jetzt mal Ina. Hallo, meine Schaf. Also, ich würde sehr gerne ein Eis essen. Ja. Und wollte fragen, ob ihr mitkommt. Ja. Und ich wollte fragen, ich habe leider mein Geld nicht dabei. Hallo. Tschüss. Ina. Buhu. Er hat sich jetzt nicht abgeschlossen. Freust du dich? Ja. Buhu. Ja. Darf ich deine Eiskugel aussuchen, was du isst? Ja. Ehrlich? Aber nicht Zitrone, bitte. Ich habe Zitrone in die Arme. Los geht's. Buhu, hier sind so viele Sachen noch auf dem Boden. Ich sehe. Nimmst du die mit? Ja. So, wir sind jetzt vorm Eisladen. Ich habe schon meinen Geldbeutel. Ich werde jetzt dir ein Eis aussuchen. Und ich hole dir was Fruchtiges. Okay, klingt gut. Ja. Ja. So, let's go. Und Buhu, schmeckt dir das Eis? Ja, ich habe sogar Streusel bekommen. Ich war sehr großzügig mit deinem Geld heute. Buhu. Ja. Ich habe richtig doll Durst. Ja. Kannst du mir vielleicht ein Eistee holen? Ja. Mit Zitrone. Jetzt? Also. Sofort. Ja, ich gehe. Das Eis hat so durstig gemacht. Also hässlich bin ich nun auch nicht, dass du eine Maske auch festen musst. Also Eistee, ja? Oder noch was? Nee, Eistee. Und Klopapier brauchen wir noch. Ja. Bis zu Hause. Okay. Es geht los. So Leute, geh mal nicht mit dem Eistee. Und das ist definitiv Bubus Lieblings-Eistee. Den habe ich natürlich gekauft. Die größte Verpackung, die es auch noch gab. Also hau rein. Danke. Das ist mein absoluter Lieblings-Eistee. Bitte Bubu, alles was du brauchst. Auch wenn er sich nicht ohne aus ist, aber der ist so geil. Ach so, dann habe ich gar nicht mehr gedacht. Das ist nicht schlimm Bubu. Alles gut, du hast die Mission erfüllt. Jetzt geht es erstmal nach Hause, würde ich sagen. Wir bringen nämlich Lauri nach Hause. Ja. Und dann bringen wir uns nämlich nach Hause. Wir sind jetzt zu Hause. Also wir sind wieder zu Hause. Und ich habe ganz große Hunger. Unsere Muchtbuchte. Wollte fragen, kannst du mir vielleicht was zu essen machen? Ja, was hättest du gerne? Nein. Du kriegst, was ich dir gebe. Ich muss nämlich nur Ja sagen. Hä? Kannst du mir was zu essen geben? Ja. Hast du gesagt. Also ich möchte gerne, machst du mir bitte ein, ich hätte gerne ein Brot mit Nutella. Ja. Haben wir Bananen? Ja. Kannst du mir da noch eine Banane drauf machen, bitte? Und was mache ich noch? Kiri Käse. Ich muss ja auch sagen. Ja, ich hätte gerne ein Brot. Also ich zauber dir ein leckeres Arbo. Nee, nee, ein Brot mit Nutella und Bananen und ein Brot mit Kiri. Okay, mein Schatz. Gami, ich freue mich sehr, Bubu. Mit Toasten, Bubu? Ja, bitte, mit Toasten möchte ich haben. Und dann hätte ich noch gerne irgendwas zum Nachtuschen. Ja, ich kümmere mich um alles. Und dann möchte ich mir bitte, also ich möchte eine Serie aussuchen, stimmt's? Ja. Ich darf die aussuchen. Und also wir müssen ja nachher noch mit Charlie rausgehen. Das machst dann du, stimmt's? Ja. Das machst du auch sehr gerne, oder? Ja. Ja. Guck mal, jetzt sind die Bananen hier geschält. Das ist jetzt mein Essen. Kann man noch was zu essen machen? Ich weiß nicht, darf ich? Und bitte mein Eistee mitbringen. Ah, super. Das ist sehr praktisch. Es dauert ein Kuss. Oh, ich möchte noch einen Kuss. Ja. Noch einen mit Liebe. Ah. Nein, nein, nein. Okay, ich kann ja ohne Hintern schon ein bisschen. Ich werde mir gleich aussuchen, was wir am Fernsehen schauen, glaube ich. Leute, ich habe gerade mein Brot aufgegessen. Und was ist passiert? Ich habe mich bekleckert. Also würde ich mich sehr freuen. Wo würdest du das für mich gleich machen, wenn du dein Brot aufgegessen hast? Würdest du meinen Fleck ausreiben gehen? So, ich habe jetzt irgendwo mein Kleid gegeben. Es tut mir voll leid, ne? Glaube ich dem nicht. Doch, das tut mir wirklich richtig leid. Ich sage das so noch und dann in der gleichen Sekunde tut es mir dann irgendwie leid. Das müssen wir mal natürlich noch waschen. Warte mal, musst du das nicht noch ein bisschen gründlicher machen? Nein, Spaß. Das kommt vor. Boah, gemein. Nein, Spaß. Wir haben jetzt gegessen und ich werde jetzt Boobo weiterquälen. Ich werde dich jetzt weiterquälen und zwar habe ich jetzt auch schon eine Aufgabe. Und zwar ist das Problem, Boobo beschwärt sich immer richtig, richtig auf, dass wir so viele Pfandflaschen haben. Wir gehen immer nicht so regelmäßig da hin, sondern wir sammeln dann immer ganz, ganz viel. Und dann geht man so halt einmal so zwei Wochen irgendwie da mit so einem ganz großen Wagen. Jetzt geht es eigentlich, aber ich merke schon wieder, dass der Berg größer wird. Also dachte ich mir, Boobo, könntest du vielleicht die Pfandflaschen wegbringen und uns vielleicht von dem Geld was Schönes kaufen? Ja. Vielleicht, dass du so ein paar Chips holst oder sowas? Du hast schon hier. Also es geht eigentlich, aber die Tüten sind schon voll. Normalerweise gehen wir erst, wenn da so drei oder vier Tüten davon stehen. Wir ziehen aber noch was anderes an, ja? Und mein Fakt ist so freundlich. Ja, ich darf aber aussuchen, was du anziehst, Boobo. Ja. Also ich hätte gerne, dass du eine Jogginghose anziehst. So warm, ja. Oder du kannst auch eine kurze Jogginghose anziehen. Okay. Und ein T-Shirt, ein T-Shirt. Das mache ich eigentlich in der Zeit so lang. Chill. Chill. Es ist dir gut gehen lassen. So. Aber es tut mir so leid. Das glaube ich dir nicht. Doch, es tut mir wirklich leid. Ich komme mit drunter, okay? Ja, Boobo, Boobo hat jetzt noch den Müll mitgenommen. Ja. Und bringt ihn jetzt weg. Erledigt. So, Schatz, der Müll, jetzt gehe ich noch zu den Pfandflaschen. Boobo geht mit den zwei Pfandflaschen jetzt. Oh, es tut mir so leid, Boobo. Ich habe kein Handy dabei. Was möchtest du, Schatz? Ähm, Chips oder sowas. Ich hatte, kannst du mir Chips mitbringen? So, Boobo bringt gerade die Pfandflaschen weg. Ah, wie süß sie ist. Also. Oha, hast du so riesen Pfandflaschen bekommen oder hast du noch was draufgelegt? Nein, nichts. Ich habe sogar Geld wiederbekommen. Ehrlich? Das habe ich wiederbekommen. Boah, hat die so viel aus. Das habe ich wiederbekommen. Ey, krass. Wir haben jetzt Chips. Boobo hat ja welche geholt. Vielen, vielen, vielen Dank, mein Schatz, Boobo. Ich möchte eine dicke Umarmung. Ja. Und ich wünsche mir jetzt, dass du mit mir auf die Couch gehst und ich mir eine Serie oder einen Film aussuchen darf und mir einfach Chips essen und chillen. Was sagst du? Ich will keine Chips mehr. Was sagst du? Ja. Los geht's. Es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Auch wenn der Vlog gleich ein bisschen kurz war, wir sind mitten so im Umzugsstress, dann tut es das bitte nicht übel. Wir ziehen ja Freitag jetzt auch um. Und wenn wir jetzt umgezogen sind, dann läuft auch wieder alles am Schnürchen und dann... Es gibt dann Revanche. Könnt ihr aber sowas von sicher sein, dass Nessi einen Tag machen muss, was ich will? Du? Nee. Nee, das wird nicht der Näh-Talk. Boobo, ich wünsche mir, dass wir in den nächsten paar Jahren das nicht machen. Ja. Toll. Meine Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir blenden hier unseren Instagram-Namen ein. Ihr könnt uns dort immer schreiben, eine nette Nachricht hinterlassen. Ja, oder einfach so, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt. Wir versuchen so schnell wie möglich zu antworten. Und jetzt werden wir uns auf jeden Fall mit dem Umzug beschäftigen. Er sieht chaotisch aus. Ja, Kistenpacken. Horrormäßig. Und wir werden jetzt noch ein bisschen Kisten packen. Heute auch noch... Nur ich. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020